Endlich kommen wir wieder in den Moodle rein und ich werde ganz langsam und Schritt für Schritt erklären, wie man sich jetzt bei diesem neuen System und in Schule BW anmeldet. Und jetzt können wir uns tatsächlich hier anmelden bei BW.Schule. Dazu haben wir extra Anmeldedaten bekommen und genauer mal auf Anmelden. Das dauert alles ein bisschen, da nicht erschrecken, auch nicht fünfmal draufdrücken. So, jetzt fragt er, ob er das speichern soll. Und dann gibt es gewisse Vorgaben für das Passwort, Achtzeichen, jeweils mindestens Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Ziffer. Das werde ich jetzt also mal kurz setzen. Also, habe ich gemacht, habe ich draufgedrückt und dann komme ich jetzt genau hierher. Und jetzt geht es wieder einmal kurz weiter. Also, die Zwei-Faktor-Authentifizierungs-App habt ihr geöffnet. Und jetzt gibt es hier die Option Neuendienst koppeln. So, und dann natürlich muss ich den Kamerazugriff erlauben. Und jetzt hat er direkt den QR-Code erkannt, der hier auf meinem anderen Bildschirm ist und hat es jetzt hier hinzugefügt. Jetzt muss ich noch einmal diesen Code auch tatsächlich eingeben, um das ganze Ding zu verifizieren. Und noch einmal zu Zwei-Fa, wer es noch gar nicht kennt, alle 30 Sekunden gibt es eine neue Zahlenfolge. Das heißt, auch wenn ich das jetzt hier live abgefilmt hätte, wäre das überhaupt kein Problem. Code eingegeben, auf Enter gedrückt. Und jetzt bin ich also hier in dem neuen Bereich Schule at BW drin. Da sieht man, Moodle oder It's Learning wird dann mittelfristig freigeschaltet sein. Wahrscheinlich nur eins von beidem. Sesam ist drin und, und, und. Soweit, so gut haben wir jetzt schon mal gemacht. Also, Zwei-Faktor-Authentifizierung gemacht und neues Passwort logischerweise gesetzt. Wenn ich jetzt hier drin bin, dann würde ich euch empfehlen, aufs Profil zu gehen und in eurem Profil, bei Mein Profil, eure TREMA-ID zu hinterlegen. Die könnt ihr da einfach reintippen. Das hat den Vorteil, dass man sich damit sein Passwort zurücksetzen kann, wenn man es denn mal vergessen haben sollte. Und dann geht es ganz entspannt aufs eigene Handy. Und TREMA-Work haben wir ja alle vom Land bekommen. Weiter im Pflichtprogramm, sage ich mal, wäre jetzt aber, dass ich hier oben einen zweiten Tab öffne mit unserem Moodle-Link. Da wird man dann im Zweifel auf eine Weiterleitung verwiesen. Und jetzt melde ich mich einmal hier oben mit meinen regulären und altmodischen Moodle-Login-Daten an. So, habe ich reingehauen. Und dann meldet er sich an. Und hier das Speichern ist geschenkt. Aber möchten Sie das Anmeldeverfahren für Benutzerkonto ändern zu OpenID Connect? Ja, das möchte ich sehr gerne. So, dann macht er das und arbeitet kurz und schmeißt mich dann direkt wieder raus. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber ich habe das jetzt gerade diese beiden Konten verknüpft. Wir befinden uns nämlich nicht mehr im Alten, sondern in einem Zwischen-Moodle. Als nächstes und ab sofort werde ich mich immer nur noch hier unten bei Schule-at-BW anmelden. So, da ich jetzt oben noch angemeldet bin, klicke ich hier drauf und siehe da, was passiert. Ich komme jetzt direkt in das Moodle rein, weil ich ja eben bei Schule-at-BW noch angemeldet bin. Jetzt kann ich hier nochmal mein Profil, naja, kann ich da groß was machen? Nein, ich kann es einfach nur aktualisieren. Bin jetzt in meinem Profil drin, melde mich jetzt noch einmal ab. Bei jeder Abmeldung komme ich direkt wieder hier hin, suche nochmal mein Moodle, gehe auf den korrekten Link und melde mich hier unten an. So, und jetzt wurden meine Konten verknüpft und ich sehe all meine Kurse, obwohl ich mich über Schule-at-BW angemeldet habe. So, ja, alles klar, alles klar bei mir. Was man jetzt noch machen muss, ist, ich gehe in irgendeinen beliebigen Kurs, in dem ich Trainer bin allerdings. Ich suche jetzt einfach mal den hier raus und jetzt kommt noch eine wichtige Geschichte. Was in diesem Kurs drin ist, ist total jucke. Aber ganz wichtig, hier muss ich jetzt entscheiden eben, welche Kurse sollen umziehen. Wie gesagt, wir sind im Zwischen-Moodle, das ist noch nicht das Ende. Ich gehe jetzt hier auf diesen Block und werde Kurs mit umziehen anklicken und gehe auf Markieren. Fragt ihr mich, sind sie sicher? Ja, aber bin mir sicher. Und dann heißt es hier, dieser Kurs ist markiert und der wird dann auch ins End-Moodle mit umgezogen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020